hier sehen sie unsere weihnachtsbeleuchtung wir bekommen heute gäste matthias hat den tisch schön eingedeckt das macht er immer wir haben den vierten advent jetzt wird noch ein lichtchen und dann haben wir weihnachten hier ist alles schön dekoriert von matthias ja das macht noch riesig spaß und er möchte halt immer der schönste sein möchte sie mal am schönsten haben jetzt ein weihnachtsdörfchen